Du hast keine Augen! Du hast auch keine Augen! Was machst du? Du hast keine Augen! Du bist hässlich! Du bist hässlich! Oh Gott! Weg! All right, all right, Leute! Ich bin zusammen mit Bardo und Corrupted für ein neues fettes Update für Who's Your Daddy! Ihr seht schon, wir haben doppelt Baby-Action! Hier gibt's voll viele neue Sachen! Oben gibt's ganz viele... Ja, du hast voll viele Updates verpasst. Oben gibt's zwei neue Räume und diese Baby-Klappe, da kannst du jetzt auch durchgehen. Guck mal, der ist unser Dad! Ihr seid einfach nur durchnummeriert. Hab ich Augen bei dir, Markus? Ja, hab dir. Hab ich Augen bei dir? Ja, hab dir. Hey, ich hab Augen! Aber Bardo hat keine Augen! Warum seid ihr durchnummeriert? Du bist Baby-03-001, du bist Baby-02-001. Dad, wo ist Mama? Wo ist Mama? Sollte Mama horny sein bei 4? Mama ist horny bei 4. Markus, folg uns mal, folg uns mal, wir zeigen dir was schönes. Das ist, wenn man zu viele Babys hat und keine Namen mehr findet. Man kann ja jetzt durch durch W-2-8. Oh! Ich brauche mal ein bisschen Platz hier, ne? Wow, ich hab einfach zugebaut. Wir gehen weiter, du musst da gehockt durch. Ich hab den Baby-Grabber. Suck jetzt, du kannst über die Küche ran. Tschüss Dad! Tschüss Dad! Oh, hier ist... Bruder! Ich komm! Bruder Stan! Hier ist Öl! Bruder Stan! Bruder Stan! Bruder Stan! What the fuck? No. Wir haben uns jetzt mit Öl übergossen. Haben wir schon längst gemacht. Oh, okay. Und jetzt müssen wir eine Kerze finden. Okay. Dann tun wir uns an. What the fuck are you doing? Kannst du mich anzünden? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What are you doing? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, ich will aufbrennen, ich will aufbrennen. Komm her, komm her. Ich wollte dich anzünden, ich wollte dich anzünden. What the fuck ist hier? Ich mag das Spiel. Schade. Ich mag das Spiel sehr. Oh, die Bananen ist runtergefallen. Die armen Bananen. Ich komm auf die Bananen. Den Satz wirst du noch öfter sagen. Oh, oh, Schatz, die Bananen ist runtergefallen. Oh, ich hab meine Bananen runtergefallen. Was machen wir jetzt? Wenn sie schon mal hier im Raum liegt. Oh, da vorne ist eine Klappe, da können wir durch. Das geht schneller, glaub ich. Ich will dich echt einfach anzünden. Ich hab da so Lust drauf. Warte, wir müssen erst mit Öl übergießen und dann kannst du... Ich will meine Beobies anzünden. Dann kannst du so gute Date sein. Oh, das geht nicht. Kein Schlüssel. Man kann das Auto zu fahren bringen. Ja. Man kann das Auto zum Crashen bringen. Dann crash das gegen die Wand. Okay. Ich hab jetzt mein Auto geöffnet. Mal gucken. Du musst jetzt alles anmachen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Du fährst ja nicht so oft Auto. Und dann musst du den ganzen Scheiß anmachen. Wäre schon scheiße, wenn man keinen Führerschein hat. Kleiner Diss. Sehr schlimm. Wow, was ein krasser Diss. Verdammt. Okay. Kannst nicht. Auto fahren. Oh nein, ich bin bei den Autoreifen drin. Oh. Hab mich gefreit. Ich komm reingekruppelt. Jetzt starte das Auto. Ist auf Gas drücken. Wo ist denn hier? Ich seh's gar nicht. Ich stecke so halb drin. Ich kann nicht wirklich viel machen. Gas ist unten rechts. Du musst die Pedale umzugucken. Ja, aber da ist kein Pedal. Du musst den Schlüssel reinstecken. Ja, hab ich ja. Ach doch, da ganz hinten. Wie komm ich da dran? Oh. What? Hab ich nicht überfahntet. Ich bin auch krass. Oh. Mich hat das Auto nicht mal berührt. Mich auch nicht. Oh. Ich wurde wie so ein Jedi-Kraft. Wurde ich da hingezogen zum Bett. Einfach. Zum Bett. Zum Bett. Du kannst ja auch noch ein Regenbogen-Baby machen. Wenn das Kind in der Waschmaschine steht, wird's blau. Wenn's vergiftet ist, wird's grün. Und wenn's verbrennt, ist es schwarz. Was ist, wenn es alles zeitlich ist? Dann hat's nur eine Farbe. Und jetzt mach mal den Thumos zusammen, sonst verbrennen wir nicht. Oh. Warum verbrennt ihr in der Dusche? Oh. Und jetzt sterben wir. Guck, wir werden schwarz gerade. Ich schau euch erstmal zu, ne? Guck, zusammen. Zusammen, Wado. Oh Gott, das ist fucked up. Wir verbrennen in der Dusche. Wir sterben mit dir zusammen. Wuuuh. Wado, wir brennen sogar. Wir kunkeln sogar. Oh Gott. Und meine Füße daneben so. Oh. I fucked up. Was zum Fick hab ich dir angestellt? I fucked up. Ich will mich einfach nochmal anzünden. Ich hol euch mal das Öl. Kein Ding. Naja, aber dann verlieren wir wieder. Das ist egal. Ich hab dich, Homies. Ich hab dich. Ich hab dich. Gasoline. Wo seid ihr? Wo seid ihr gekommen? Oh, wir können das Babygitter punchen. Wir punchen das Babygitter. Ja, du kannst das Babygitter punchen. Hier, viel Spaß damit. Ich hab mich übergossen. Ich hab schon gebadet. Nice, 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 nice. Okay, warte. Jetzt muss ich irgendwo hinstellen an ne schöne Stelle, wo du geopfert werden willst. Wie zum Beispiel hier drauf. Zeitgleich, Zeitgleich, Zeitgleich. Ey, es ist so viel Shit der abgeht. Das ist einfach so random. Oh, ich brenn jetzt. Lass einfach von mir drauf drauf. Wie hab ich es hinbekommen, dass ich jetzt die Kerze hier drunter... Oh, egal. Die ist bei mir oben drauf. Bei mir ist hier drunter. So. Bei mir ist hier oben drauf. Hä? Ach Markus, du hast noch nicht den Taser gesehen, oder? Wenn einer getatet ist, dann fliegen die Körperteile so weg. Oh. Also, wenn das Kind getatet ist. Oh. Also den Taser haben wir auch noch... Okay, jetzt hab ich die Kerze wieder. Jetzt lass liegen, Mann. Den Taser machen wir dann nicht so vor. Warum ich nicht mehr drauf jumpen? Wer hat Öl drüber? Beide? Wir haben beide. Hopp. Wir sind genau auf einer Position. Okay, komm, die Dusche, die Dusche, die Dusche, die Dusche. Dad. Dad. Die Badewanne. Ich bin unten, ich geh baden. Dad, helf mir. Dad. Dad, das ist weg. Die Stufen wäre weg. Dad, was rein? Dad, was rein? Dad! Krämpft Auto einfach starten und kaputt machen, ohne das was passiert? Ja, ja, es geht. Wir müssen nur weit genug wechseln dafür. Okay. Schwarzlochmäßig hab ich reingezogen. Ja. An's Bett. Er, wenn, wenn man, wenn man vorne... Okay, man muss irgendwie auf die hinteren Sitze, um die Gaspedale dranzukommen. Das ist super komisch. Wenn du aufs Auto drauf springst, springst, kannst du in die obere Etage gucken, durch die Wand. Also aufs Auto drauf springen mit so nem Hochsprung und dann... Das ist halt irgendwie useless. Ja, das ist super useless. Ich bin stuck am Auto, einfach auf den hinteren Sitzen hängen, wenn er nicht mehr rauskommt. Aber wir sind einfach... Keiner in unserer Familie ist überlebensfähig. Ich hab mir selbst ein Auto eingeschlossen. Dann kommt nicht mehr raus. Jungs, Hilfe! Alternativ kannst du dir auch ne Gabel holen. Ich suche noch ein Messer. Für den Kampf. Mom sollte bald horny sein, dann sterben wir aber. Ja. Das wird das nix hier. So viel Shit wie ihr abgeht. Mom ist immer mehr horny. Mom schuppi horny. Das Baby ist schon am Feuer. Sei mal offen. Ich komm echt nicht mehr raus. Das ist Bullshit. Kommst du noch raus aus dem Auto, Markus? Wie? Nein, das geht nicht. Ich will auf den hinteren Sitzen, da kann man nicht raus. Geht nicht. Doch gehockt kannst du dich rausjumpen. Nee. Ich war auch schon hinten. Ich jump einfach immer oben gegen und flieg dann wieder runter. Vielleicht hat er das gepatcht. Nice. Ach, Alter. Wo bist du denn? Was macht Markus? Ich brabelt der sich? Ich bin im Auto und komm nicht raus. Zappel ich um? Ja, aber du bist wieder normal. Du bist jetzt gefixt, dass du jetzt normal bist auf einmal. Und ich kann nicht mehr laufen. Ich hänge jetzt in vier Schlüssel im Auto fest. Hey, kannst du auf unsere Söhne aufpassen? Stand. Ja, Moment. Ich hab ihm ein Problem. Klar. Dick Stark in K. Dann rufst du die Mutter an. Schatz, ich hab ein Problem. Ich sitze im Auto fest. Schon wieder. Ich sitze drauf und ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich weiß nicht, was unsere Kinder machen. Ich glaub, die messen sich gegenseitig ab. Aber ist okay. Hilf mir aus dem Auto raus. Ist echt ein Problem gerade. So, wenn du beim Auto startest nicht, sonst ist es wieder tot. Guck mal, es geht halt nicht hier raus. Ich kann da nicht raus. Ich kann hier nicht raus. Ich kann da nicht raus. Ich bin einfach hier drin. Ist sehr gut. Der größte Versagervater hätte ich mir auf dem eigenen Auto raus. Schatz, dein Auto ist komisch. Ich häng fest. Wo bist du denn? Beim Fernseher, beim Fernseher. Wie, warum, hä? Ich komm hier nicht raus. Ich weiß nicht warum, ich kann mich nicht bewegen. Ich lauf nur auf der Stelle. Ja, du hast so scheiße. Dad, hilf mir. Nein, nein. Ist schon okay. Warte, 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 bleib da, bleib da, bleib da. Stan, komm mit. Wir haben ein bisschen Spaß mit ihm. Nein, ich will auch Spaß mit Dad haben. Dad, zeig mir doch. Ich bin dein Lieblingssohn. Komm, gib mir die, wo du wohnst. Okay. Gib mir wenigstens deine Banane. Nein, Bado. Alles ist in Ordnung. Nein, Dad. Alles ist in Ordnung. Dad, ich habe mich damit übergossen. Dad, ich habe mich damit übergossen. Nein, es ist alles okay. Nein, es ist alles okay, Bado. Es ist alles okay. Nein, nein, nein. Ich freu jetzt auf der Stelle. Die hat so viel Schild auf mir. Dad, we throw. Dieser Vater hat einfach das Kind aufgegeben. Ich kann das nicht mehr retten. Oh, Scheiße. Der steckt ja wohl fest. Was macht uns? Züngst an, vielleicht hilft das. Einzige mögliche Lösung. Ich finde nichts anderes. Ich finde nichts anderes. Nein, nein. Es ist ganz anders. Ja, das war's.